Mein Name ist Michael. Ich bin 25 Jahre jung, Single und habe Krebs. Das neben mir ist Benno. Seit dem Kindergarten gehen wir durch dick und dünn. Ein Jahr gaben sie mir. Das ist jetzt neun Monate her. Schluss mit Krankenhaus und Therapie. Wir taten die Dinge, die wir schon immer machen wollten. Mach dich nass, Alter. Ich denke... ...und die ich vermissen werde. Wir stiegen auf die höchsten Dächer der Stadt und fühlten uns wie Könige. Alter, mach mal unter Hashtag Freilägen, Alter. Wir hatten die beste Zeit unseres Lebens, waren frei und keiner konnte uns stoppen. Wir verzockten die Kohle ohne nachzudenken. Wir genossen jeden Moment so intensiv, es konnte ja auch jeder der Letzte sein. Den meisten Leuten ist du überhaupt nicht bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. Also tu die Dinge, die du schon immer machen wolltest. Es könnte schneller vorbei sein, als du denkst. Wir haben ihn nicht, sondern wir setzen uns die Zeit.